Du bist eine solche Bandit. Du und deinesgleichen haben Pandora mit ihrer Gier und ihrem Hass verdorben. Jetzt liegt es an mir, diese Welt vor deinesgleichen zu retten, aber ich bin mehr als froh, das zu tun. Ich bin mehr als froh, das zu tun. Hier wird alles enden. Sobald Lilith den Schlüssel aufgeladen hat, kontrolliere ich den Krieger und rotte euch Banditen auf diesem Planeten aus. Wenn du zur Hölle fährst, kannst du deinen Kammerjägerfreunden einen Gruß von mir ausrichten. Du kommst genau rechtzeitig. Der Schlüssel ist fast bereit, aber bevor ich diesen Planeten für immer säubere, räche ich meine Tochter. In Schaventieren habe ich schwächen. Geht mir nicht! AEM! 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 Was? Nein! Der Schlüssel ist aufgeladen! Ich werde noch nicht sterben. Du kommst zu spät, Bandit! Der Sieg ist mein! Die größte Alienmacht, die Pandora je gesehen hat! Und ich überhende sie von mir! Räger! Hörter! Räger! Räger! Sie des Montages! Der Schmettere! Der Schmettere! Der Schmettere! Der Schmettere! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich hätte Recht und Ordnung wiederherstellen können. Ich sollte nicht mit einem Kindsförder und Psychopathen sterben. Es ist vorbei. Endlich. Warte, überlass das mir. Du willst...